Ich hab... die Bomben... Gehst du abbringen? Jo, weil er Kevin hat. Da können die Kevins ja teilweise gar nicht mal fühlen, aber Kevin ist so ein abtörender Name. Ich kenn so viele Kevins, wenn's auf einen verpasst, dass die alle scheiße sind. Hat der Killer den Generator so richtig geblockiert oder der Kevin? Ich glaub der Kevin. Oder der Generator so weit war, ne? Ja, der ist auch richtig geblockiert. Ist auch wieder frei. Kevin soll ich dir helfen? Kevins, soll ich dir helfen? Killer kommt wieder. Kevin ist doch... Das gibt es doch nicht. So, jetzt geht Mati. Schmeiß den Blüten raus. Äh, schmeiß die hier. Ähm... Verzerren raus. Und knall dir... Städtische Umgehung rein. Rausverzerren halt wirklich. Null. Ach so, der lief unter Glimo. Der lief unter Glimo. Der lief unter Glimo. Der lief unter Glimo. Er ist doch nicht so gut. Er ist doch nicht so gut.